Die meisten denken bei Kunststoff zuerst an Müll- und Umweltprobleme. Was dabei nicht bedacht wird, Kunststoff ist ein sehr wertvolles Material und Grundlage vieler zukunftsweisender Technologien. Denn kein anderer Werkstoff ist so vielseitig. Kunststoff übernimmt sehr wichtige Aufgaben in unterschiedlichsten Branchen. Vom kommerziellen Gartenbau über den Maschinen- und Apparatebau, der Fahrzeug-, Elektro-, Solar- und Lebensmittelindustrie bis hin zur Chemie-, Pharma-, Kosmetik- und Medizinindustrie. Kunststoff leistet viel und verbraucht wenig. Kunststoffprodukte sparen in der Regel deutlich mehr Ressourcen, als für die Herstellung notwendig waren. Ein wertvolles Material für hochwertige und langlebige Anwendungen. Ein Material der Zukunft. Viel zu schade, es nur einmal zu verwenden. Deshalb sehen wir uns als kunststoffverarbeitendes Unternehmen in der Pflicht, unsere Produkte und Prozesse so umweltbewusst wie möglich zu gestalten. Dazu gehört für uns auch die Entwicklung neuer Konzepte, um Materialkreisläufe zu schließen und so viel recycelten Kunststoff wie möglich zu verwenden. Derzeit werden in Deutschland nur etwa die Hälfte der Kunststoffabfälle wiederverwertet. Diese Quote wollen wir erhöhen. Darum haben wir die Initiative Pöppelmann Blue ins Leben gerufen. Unsere Experten der vier Divisionen Pöppelmann-Kapsto, Pöppelmann-Katek, Pöppelmann-Pharmak und Pöppelmann-Teku arbeiten darin an innovativen Lösungen, mit denen wir zu einem nachhaltigen und damit langfristigen und maßvollen Umgang mit den Ressourcen unserer Erde beitragen. Durch den Einsatz von 100% Recyclingmaterial, welches zu 100% wiederverwertbar ist, schließen wir den Materialkreislauf und sparen somit fossile Ressourcen ein. Der verwendete Kunststoff kommt direkt aus dem gelben Sack und landet dort auch wieder. So wird der Rohstoffkreislauf komplett geschlossen. Wir machen das. Gemeinsam. Wir machen das.